Servus Jungs, willkommen zu einem neuen Video. Ja moin, ich nehme das jetzt gerade einfach mit der Kamera wieder auf. Ist mir ein Burscht, denn ich bin gerade so auf 180. Das ist mein dritter Weekend League Gegner. Ich stehe jetzt nach diesem Spiel 1 zu 2. Vielen Dank dafür. Und ich zeige euch jetzt, warum ich die ganze Zeit, beziehungsweise weil ich, ja, warum ich 1 zu 2 stehe. Passt jetzt auf, ich gehe jetzt mal ein bisschen nach vorne. Und jetzt guckt mal hier drauf bitte, die ganze Zeit. Digga, ich habe die ganze Zeit diese verfickte Dreckslatenz. Guckt euch das an. Die ganze Zeit kommt diese Mülllatenz. Die ganze Zeit nur Rot-Gelb, 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 Rot-Gelb. Digga, der Gegner war der schlechteste Noob, den es jemals auf diesem Planeten geben wird. No joke, der schlechteste Gegner, den es jemals gibt auf diesem Drecksplaneten. Und der macht nur Glückstore rein. Nur Glück hat dieser Typ. Nur Glück hat dieser Gegner. Ist jetzt auch egal. Die ganze Zeit wird diese Scheiße hier angezeigt. Also wenn ihr diese dreckige Scheiße nicht bald fixt ihr, ich schwöre es euch, eine Anzeige geht raus. Ich schwöre es euch, ich verspreche es euch. Die Anzeige kommt. Denn das lasse ich mir nicht mehr gefallen, Alter. Die ganze Zeit nur Rot-Rot-Rot. Du kannst keine Tore schießen. Und wenn du mal vor dem Tor bist, dann, keine Ahnung, zwei Sekunden später, beziehungsweise fünf Sekunden später mit dieser Latenz wird erst mal der Befehl ausgeführt. Beziehungsweise ein Pass ausgeführten Schuss. Was weiß ich, Alter. Das nervt einfach. Hört auf mit dem EA. Hört auf, Alter. Ihr verdient sieben Milliarden Euro. Ihr habt letztes Jahr sieben Milliarden Euro bekommen, habe ich gehört. Und ihr seid zu unfähig, gescheite Server zu machen. Aber was ist los mit euch, Alter? Was ist los mit euch? Digga, ihr verdient, ihr habt in einem Jahr sogar mal 15 Milliarden Euro bekommen. Oder was weiß ich wie viel. Aber Digga, es fixt eure Server-Ault. Oder Digga, die Anzeige kommt, Alter. Ich habe keinen Bock mehr darauf. Digga, das muss man sich nicht geben. Wirklich. Du steckst da viel Kohle rein. Und was weiß ich was. Und dann geben die dir solche rotzigen Huren-Server. Also Real Talk, Alter. Und die Schiedsrichter auch so big. Gebekloppt, Alter. Wirklich. Gebekloppt seinen Vater. Die ganze Zeit. Immer wenn man im Strafraum gefoult wird. Der Spieler wird verletzt. Äh, kein Foul. Ist doch kein Foul. Ne, ist kein Foul. Fick dich, Alter. Entschuldigung. Aber ich bin jetzt nicht frauenfeindlich. Aber Bruder, die Frauen sollen rausgenommen werden. Diese Frauen-Schiedsrichter. Fickt euch einfach. Tschüss. Tschüss.